Willi, Frau Nivenegg, eine ganz herzliche Gratulation zu diesem Lehrpreis von der Phil Hischt für das letzte Frühlingssemester. Jetzt ist es ja so, dass das nicht euren ersten Lehrpreis ist, den ihr gewonnen habt. Ich habe recherchiert und gesehen, dass Sie die Trägerin des CS Awards for Best Teaching im 2009 sind. Also ein bekanntes Gefühl für Sie. Oder doch überraschend? Merci für die Einführung. Das ist genau so überraschend. Von daher nicht wahnsinnig, weil es nicht der erste ist. Trotzdem deshalb überraschend, weil es in diesem Covid-Semester gekommen ist. Also ich habe dort wirklich gedacht, jetzt haben wir da die spezielle Situation, wir arbeiten auch im Krisenmodus. Die Lehr wird unter dem leiden, darf auch leiden drunter, weil als allererstes geht es darum, dass wir einfach den Betrieb aufrechterhalten. Und nachher dann gleich zu sehen, dass das, was ich gemacht habe, die Lösung, die ich gefunden habe, offenbar gleich gut angekommen, das hat mich sehr gefreut. Das hat mich überrascht und gefreut, ja. Was bedeutet euch der Lehrpreis? Für mich ist es einerseits eine Anerkennung und es ist auch sehr wichtig für mich, dass es so sichtbar wird, was man auch leistet, halt neben zu publizieren, in der Uni. Und auf der anderen Seite brauche ich es tatsächlich als Qualitätsinstrument, um meine Qualität zu steigern. Also ich habe zum Beispiel einen Kurs, den ich zweimal schon gemacht habe und dann wirklich geschaut habe, was, wo hat es hier gehoffert. Und das war dann sehr schön für mich zu sehen, dass es dann tatsächlich bei der Evaluation auch wirklich die Werte hochgerutscht sind. Dass ich dort wirklich auch ganz konkret daran arbeiten kann. Könnt ihr etwas darüber sagen, wie die Veranstaltungen aufgebaut waren? Was vielleicht speziell war? Ihr habt es vor dem Hintergrund erwähnt, vor dem komischen, speziellen, anspruchsvollen Covid-Semester. Also Analyzing Literature ist ein Einführungskurs, den wir zu dritten Höhe gegeben haben. Und dort haben wir dann sehr stark umgestellt und haben gemeinsam Podcasts aufgenommen und so weiter. Also da ist sicher ein Teil von Anerkennung gehört auch meinen Kolleginnen. Und der andere Kurs war Dramatic Conventions. Das war ja auch noch etwas Spezielles bei mir, dass ich eben mittelalterliche und frühneuzeitliche englische Literatur unterrichte. Also nicht gerade ein Fach, wo jetzt die Studierenden auf den Erstblick denken, hurra, das ist etwas wunderbar aufregendes. Und was ich dort hier gemacht habe, ist, dass wir viel mit... Ja, das muss ich auch noch sagen, genau. Eigentlich wollten wir nach England. Plannt wäre, dass wir nach London gehen, zusammen in Globe. Und wir haben die Plays gelesen, die dann im Globe gespielt wurden, im Frühling. Und das ist dann auch nicht zustande gekommen, auch wiederum wegen Covid. Und das haben wir nachher einfach ersetzt mit Videos und haben gemeinsam vergangene Produktionen angeschaut. Und die Studierenden in diesem Kurs waren eigentlich jeder so ein kleines Spezialist für ein Thema. Und hat sich dann in jedem Theaterstück diesem Thema wieder zugewendet und das wieder verfolgt. Und dann haben wir gegenseitig die Resultate vorgestellt. Also mir ist es auch sehr wichtig natürlich, dass wirklich das Lernen und Lehren ein kollaborativer Prozess ist. Das heisst, ich lerne auch von Ihnen sehr viel und sehr aufregende Sachen. Das merken Sie natürlich auch. Dass Ihre Ideen und Ihre Vorschläge, dass es dort nicht nur darum geht, dass ich Sachen abfragen kann, auf ein bestimmtes Ziel habe, das ich hören will, sondern dass es mich wirklich wundernimmt, mit was kommen Sie daher. Ihr seid offenbar motiviert dafür, sich für die Lehre einzusetzen. Warum ist das so? Oder was ist eure Motivation für das? Also ganz zuerst einmal Begeisterung für mein Fach. Ich habe ein riesiges Privileg. Ich kann unterrichten 1'000 Jahre englische Kultur von rund 800 bis 1'700. Also ich habe eine riesen Zeitspanne, die ich abdecke. Kulturell ein riesen Reichtum, den ich abdecken kann. Ich kann auch selber immer wieder neue Sachen entdecken dabei. Also ich stelle auch immer wieder mir selber eigentlich zur Herausforderung, dass ich neue Texte in einen Kurs nehme, die ich noch nie unterrichtet habe. Und ich liebe mein Fach und ich glaube, das ist mal die grösste Motivation. Und was mir einfach auch viel Freude macht, ist wiederum das Lernen von den Studierenden oder also sie als Persönlichkeiten zu erleben, zu sehen, wo das es bei ihnen Motivation und Freude auslöst, aber auch zu sehen, wo das es klemmt und gemeinsam an dem arbeiten. Und gerade bei meinem Fach, Medieval und Early Modern, immer wieder die Frage stellen, was machen wir hier eigentlich? Was bringt es das unserer Gesellschaft, wenn wir hier zwei Stunden lang zusammen ein Sonnet-Ausnang nehmen? Und das, denke ich, sind sehr wichtige Diskussionen überhaupt für die Geisteswissenschaften mit den Studierenden zu führen. Wenn ihr einen Wunsch frei hättet, was würdet ihr euch wünschen, um ihr Lehrern noch besser zu werden? Mehr Zeit. Mehr Zeit. Ich will mehr Zeit haben. Also es ist immer eine Sache mit Administration, die man auch versucht natürlich gut zu machen, und mit Forschung, die man versucht gut zu machen. Und ich habe einfach immer wieder das Gefühl, das ist eigentlich ein Riesen-Package, das wir da alle Lernenden, Lehrenden an der Uni haben, auch die Lernenden auch, gesagt davon, wo man einfach sehr, sehr viel macht und sehr wenig Zeit hat eigentlich für die einzelnen Sachen. Ich darf vielleicht noch kurz das erwähnen, unsere Better Science Initiative, wo sehr stark auch darauf ausgeht, wir sollten uns eigentlich einfach mehr Zeit nehmen, um die Qualität von allen diesen Sachen, die wir machen, zu verbessern. Etwas, was ich auch versuche, meinen Studierenden zu zeigen, ist, dass ich eben nicht nur eine Lehrerin bin, Runi, sondern auch eine Person mit einem Privatleben, dass man drei Kinder haben kann und Runi sein, dass man sich für politische Themen einsetzen kann, Kommissionsarbeit machen und so weiter. Und ich stelle mich eigentlich bei den Studierenden auch Anfangssemestern immer so vor und hoffe wirklich, dass ich dort auch so ein bisschen eine Vorbildfunktion einnehme, nicht nur die Lehrpersonen zu sehen als mehr ganzheitliche Personen, sondern sich selber auch zu zeigen als ganzheitliche Personen, weil auch sie haben ja. Jetzt vergisst man auch bei Lehr, dass die Studierenden auch ihre eigenen Geschichten mit sich rumtragen und ihre eigenen Problemaussorgen noch haben neben einem Sonett zum Beispiel. Und dort einfach der ganzheitliche Blick, das ist eigentlich etwas, was mir auch noch sehr wichtig ist. Und ich bin froh, dass ich das noch erwähnen durfte. Wir sind alles Menschen und nicht nur in unseren Funktionen tätig. Merci vielmals für dieses spannende Gespräch. Merci euch. Merci.